Hallo ihr lieben Leute, ich muss mal noch ein Video drehen. Ich bin auf meinem Weg für den Hund rausgehen gegangen und habe diesen armen Vogel gefunden. Der ist leider gestorben, ich habe ihn von der Straße weggeholt. Deswegen, wenn wir Menschen nicht aufhören, den Lebensraum, den Tieren wegzunehmen und alles drum und dran, die Natur wegzunehmen und der Klimawandel weiter so geht, sterben alle Tiere auf dieser Welt und das müssen wir nicht zulassen. Wir müssen kämpfen, damit die Tiere am Leben bleiben. Die Tiere müssen leben, die gehen ins Lebensraum wieder zurück. Die essen bei viel Insekten und alles. Wenn es zu viel Insekten gibt im Sommer, dann essen die Insekten, die Vögel und alles. Es ist so traurig, dass dieser Vogel von uns gegangen ist. Ich finde es einfach traurig, wenn Tiere von uns gehen und von dem Klimawandel und was da passiert und alles. Ich habe ihn einfach aufgehoben, habe Handschuh angehabt, im Fall er eine Krankheit hat und habe ihn jetzt auf mein kleines Taschentuch gefunden und dann werde ich ihn hier beerdigen, damit er eine gute Seele hat und Gutes genießen kann hier alles. Ich wünsche ihm ein gutes Beileid, wünsche ihm und im Himmel ist Licht. Vielleicht ist er mit seinen anderen Vögel zusammen wieder. Liebe Menschen, tut was bitte. Jeder kann was tun. Ich tue auch viele Dinge, was mir auch Spaß und Freude macht, dass mir die Tiere am Gesund bleiben.